Deutschland Premiere in der Sleepers Klinik Schildertal-Seesen. Zum ersten Mal gibt es bundesweit in einer Klinik alle Komponenten des umfassenden chirurgischen OP-Systems von BrainLab, der Robotic Suite. Es mutet an wie in einer Science-Fiction-Welt mit Star Trek und Enterprise. Dazu gehören eine Navigationssoftware, digitale Hightech-Geräte, Spezialroboter, ein Module-Paket. Und das ermöglicht es, neurochirurgische Eingriffe im Gehirn und an der Wirbelsäule noch präziser, noch schonender vorzunehmen. Mit noch höherer Patientensicherheit. Schauen wir uns nun mal diese intelligenten Technologien und smarten Assistenten näher an. Da ist zunächst einmal die Kernplanungssoftware, die ermöglicht eine bessere Planung, eine bessere Durchführung der Eingriffe später. Man kann zum Beispiel ganz individuell beim Patienten Tumore in 3D-Bildanimationen einzeichnen, chirurgische Schnitte exakt durchgehen, wie in einer Art Simulator direkt am PC und all das kann später in den Operationssaal direkt übertragen werden. Ergänzen wir das Ganze von 3D-Brillen, Mixed Reality-Software. Das ermöglicht ganz neue Perspektiven. Die Planung und Anatomie, die zu behandeln, der Erkrankung kann man in 3D ganz anders präsentieren, viel anschaulicher und damit für mehr Verständnis werben beim Patienten. Für die Ausbildung ist es natürlich auch extrem gut. Hier haben wir den Roboterarm Zirk. Jede chirurgische Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Feinmotorik, an Präzision und an Ausdauer. Genau dafür steht SIP. Ein Roboterarm, den menschlichen Arm nachempfundend. Mit ihm kann man beispielsweise Implantate viel zielgerichteter positionieren und der Chirurg kann sich ganz auf seinen Eingriff konzentrieren. Das Bildgebungsroboter-System LoopX, ein robotergestütztes mobiles Bildgebungsgerät, hat ein großes Sichtfeld, ermöglicht hochauflösende Röntgenbilder in 2- und 3D-Animationen während der OP. Das Ganze spart Zeit, gibt dem Team mehr Freiheit und Kontrolle. Ergänzt wird das Ganze durch die Curve Navigation. Das ist eine hochmoderne chirurgische Plattform, eine Navigationsplattform. Sie besteht aus einem fahrbaren Wagen und Kamera, hochauflösendes Display, 32 Zoll Touch-Display, 4K-Visualisierung und alle Patientendaten laufen hier zusammen. Die OP lässt sich also von überall überwachen, überprüfen, dokumentieren und streamen. Das ist die Familie von BrainLab, die Robotic Suite.